Halli, Hallöchen willkommen bei Hertha-Geek-Freunde. Heute müssen wir mal wirklich über diese permanenten Standard-Tore reden, die wir reinbekommen. Es ist zu oft, ja, Ex-Herthaner und Kult-Kicker Josef Simonic hat da einen Tipp für uns. Darüber werde ich berichten und dann Triple-Seven-Partners-Update. Die Talfahrt geht weiter. Gönnt euch ein Abo und wie immer schön Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, es gibt da so eine Floskeln, hast du keine Abwehr, hast du keine Mannschaft. Oder auch mit dem Angriff gewinnst du Spiele, mit der Abwehr Meisterschaften. Eine starke Defensive ist einfach nur die Grundlage für einen Wiederaufstieg. 14 Gegentreffer in acht Spielen haben wir schon bekommen, die Hälfte nach Standardsituation. Immer wieder sitzen wir im Stadion oder vom Fernseher und sagen No. Und man kriegt ja auch schon Angst. Ja, ich kenne das ja auch. Ich möchte am liebsten meine Mädels greifen, wenn Hertha einen Standard empfängt. Ja, dann möchte ich am liebsten schon hier so eine Reihe bilden und dann Augen zu und ja, dann müssen wir jetzt durch. Wie ein Elfmeter. Ist doch so, oder? Ja, da erzähle ich doch keinen Scheiß, ey. Ist doch wirklich so. Da hat man doch schon immer Schiss, ey. Und ja, das kann doch nicht nur daran liegen, dass wir Kempf verkauft haben. Tut wirklich weh. Dass dafür Brooks kam, der sich sofort verletzt hat. Oder eben auch Gächter, der auch eine krasse Verletzung hat. Allein daran darf es ja nicht liegen, ja. Aber, I don't know. Es scheint vielleicht auch, dass die Mannschaft den Spielstil von Fiello noch nicht richtig verinnerlich hat, ja. Der starke Ballbesitzfußball. Noch nicht richtig drin bei dem einen oder anderen. Denkt vielleicht das Team, ja. Schön offensiv spielen und dann hinten, ja. Wird schon. Also sie vernachlässigen die Abwehr. Und wir haben das wirklich in den letzten Spielen zu oft gesehen. Beste Beispiel war gegen Gelsenkirchen. Da ging es zwar noch gut, ja. Aber da wurde ja das Mittelfeld ausgemacht als Fehlerhauptquelle in diesem Spiel. Und auch schon gegen Elversberg. Ja. Sah auch nicht so nice aus. Wurden wir auch überrannt. Doch, mal ganz ehrlich, ja. Ich weiß nicht, ob es eine reine Fiello-Angelegenheit ist oder ob er das schon von den Vorgängern vererbt bekommen hat. Ja. Wir denken da mal nach. In der Vorsaison, ja. Unter Pahl bei insgesamt 59 Gegentreffern. Allein über 18 nach Standardsituation. Und Pahl hat auch schon immer wieder gemotzt und hat immer wieder auch in der PK gesagt, Leute, ja. Und immer wieder haben auch Redakteure gesagt, ey, was wird denn da trainiert? Ich weiß auch nicht. Das ist eine Dauerschleife. Auch 2019-20 die Saison, ja. Unter Czovic, Klinsmann, Nuri, Labbadia, was war da los, Freunde? Ja. Wurden auch extrem Standards schlecht verteidigt. Da haben wir auch sehr viel kassiert. Aber warum, warum konnte bis jetzt noch kein Trainer richtig schlüssig erklären? Ja. Also Pahl konnte es irgendwie auch nicht. Und ja, da hat man doch mal einen gesucht, der sehr lange sehr erfolgreich bei Hertha in der Innenverteidigung gespielt hat. Und für mich ehrlich immer noch der beste Innenverteidiger ever von Hertha BSC. Ole Simonic, ja. Josep Simonic, was war das für ein geiler Spieler? Da hatte man auch echt die Ruhe weg. Ja, da konnte man zugucken und wusste, boah, der macht das schon hinten. Im Verbund mit Friedrich. Ja, die beiden, das war also die goldene Innenverteidigerzeit, so will ich es mal sagen, ja. Und nein, auch dieser Aufbau von Simonic war mal geil. Dieses feinfüßige, der hat so wirklich geil die Situation antizipiert. Er wusste immer gleich, wen er anspielen kann. Und auch wenn er mal einen ausgespielt hat, sah das immer sehr elegant aus. Wirklich. Ich habe selten so einen genialen Innenverteidiger gesehen, ja. Und allein 222, muss man mal reinziehen, 222 Bundesligaspiele für Hertha, ja. Und auch 105 Länderspiele für Kroatien, ja. Das ist schon eine Hausnummer. Also den kann man wirklich mal fragen, ja. Ja. Und er sagt so, als ehemaliger Profi und späterer Trainer ist das für mich eine Frage der Konzentration, Freunde der Nacht. Konzentration. Nichts anders. Man muss halt auch einmal drei Stunden nur die Verteidigung von Standards trainieren, bis jetzt in die Köpfe der Spieler eingedrungen ist. Das ist quasi sein Mittel dagegen. Ja, das hört sich so salopp und locker an, aber vielleicht wird es auch nicht praktiziert. Weil man vielleicht auch jetzt nicht die Zeit so opfert, aber man müsste es Standards zu verhindern trainieren. Nicht jetzt nur Standards eins einnetzen, ja. Ich meine, das ist auch ein härter Problem. Eigentlich generell Standards, aber eben dieses defensive Ding und vor allem Konzentration. Und da habe ich überlegt, durch die jungen Spieler, die vielleicht noch nicht so da sich fixieren, fokussieren können, ja. Also vielleicht hapert es auch daran. Ja. Ich meine, Leistner ist im Verbund hinten noch derjenige, der Althase, sag ich mal, der auch viel weggeköpft hat, ja. Und auch viel weghaut, ja. Nicht umsonst hat er im letzten, nach dem letzten Spiel eine Zwei gekriegt und kam auch da in die Kicker-Startelf des Wochenendes, ja. Oder Startelf hat ja albern an. Die Kicker-Elf des Spieltages, ja. Habe ich mich verwundert, weil ich hatte ja irgendwie Gelsenkirchen so als Spiel. Und dann lese ich auf einmal, wow, Leistner. Chapeau. Ja, aber er hat auch viel weggegrätscht. Das war nicht nur über die Omme. Aber es ist halt so. Es ist halt so, ja. Man muss sich halt da noch massiver fokussieren. Es ist so, erst mal ist die Größe sehr wichtig, ja. Und natürlich fehlen Brooks und Overkamp hatte eine riesengeniale, mega Sprungkraft. Der hat ja auch vorne Tore eingeköpft. Der war gar nicht, glaube ich, so groß, ja. Aber Brooks hat ja die Größe. Simonitsch. Und hier sind alle Riesen hinten, ja. Und das fehlt halt, ja. Also muss bei aller Liebe, ich habe ja auch gesagt, ja, die Floskel, die ich schon genannt habe, ohne geile Abwehr, nicht umsonst ist Düsseldorf vorne. Düsseldorf hat eine massive Abwehr. Da musst du erst mal einen reinmachen, ja. Die stehen da hinten bombig. Sieht manchmal nach vorne ein bisschen doof aus, aber dann gewinnen die halt nur 1-0 oder auch mal ein knappes 2-1. Ein bisschen Glück oder so. Aber es ist halt so. Und wenn man sich mal daran erinnert, in den Jahren, wo nach vorne nicht so viel ging, wir hinten aber wie eine Festung standen, hatten wir immer noch die Bundesliga mehr oder weniger gut halten können. Es ist so, wir müssen bei der aller Liebe fürs Offensivspiel von Fielo auch hinten das massiv trainieren, ja. Es ist wirklich so, wie Simonitsch meint, fokussieren, konzentriert sein bis zum Letzten. Das müssen sich die Spieler mal einprägen. Und vor allem im Training, ja, nicht nur mal, komm, wir haben jetzt mal ein Füllstündchen, so, jetzt Köpfe weg, Köpfe weg, ja, das reicht für heute. Es ist einfach massiv wichtig, richtig hinten das Abwehren von Standards zu trainieren, ohne Ende. Ich hoffe, das wird jetzt passieren. Es ist so, wie es ist, sonst schaffen wir das nicht. Sonst sind wir, wenn man Fielos-Vorgänger, Quatsch, wenn man Fielos-Mannschaften, so will ich sagen, sieht mit Nürnberg und Dresden, ja. Immer wieder schön Fußball nach vorne, aber auch gerade in Nürnberg massiv viel reingekriegt. Ich glaube, Osnabrück, die abgestiegen sind, haben nur mehr bekommen, ja. Dann kam schon Nürnberg. Ja, also, und das geht gerade so ein bisschen bei Hertha auch weiter und das müssen wir verhindern. Ich hoffe, das wird in Angriff genommen, sonst, wie gesagt, kann man sich, glaube ich, den Aufstieg absolut knicken, ja. Hört mal auf den guten Simonet, der weiß Bescheid. Ja, dann Update. Erstmal was trinken. Update 777. Mal schnell durchgehackt. Ja, wir wissen ja, steht nicht gut. Und wir warten ja immer jeden Tag darauf, dass Hertha dann verkündet, so Leute, jetzt ist Kack am Dampfen. Jetzt müssen wir handeln. Ja, denn Siausch, die Siausch, Joschwander und Steven Pesco, ja, sind in allen Triple-7-Fußballmannschaften abgelöst worden. Komplett entmachtet, ja. Das sei nicht nur Hertha, sondern Genua, Lüttich, Red Star, Paris, Melbourne, Victory, Vasco de Gama, Brasilien und Sevilla, ja. In einem Verein nix mehr. Komplett raus, ja. Also das war ja noch so ein bisschen teilweise, ich meine, es war fortlaufend zu sehen, dass da was passiert, aber jetzt ist es wie eine Kette hintereinander vollzogen worden. Die haben beim Fußball quasi nichts mehr zu melden, die wurden ersetzt. Die Luxusjacht Triple-7, ja, braucht jeder mal so eine Jacht. Ja, natürlich braucht man die. Ja, steht für 1,8 Millionen US-Dollar zum Verkauf. Die muss weg, kann man sich nicht mehr leisten. Der Privatjet schieben wir gleich hinterher. Ja, schön Bombardier global, 6.000 muss man haben. Freunde, gönnt euch doch mal so einen kleinen Privatjet. Der Führungskräfte, klar, brauchen die, kann man nicht auch mal chartern, wenn man mal einen Flug hat, nein, wochen eigenen. Und 20 Millionen Dollar kommt auch unter den Hammer. Ja. Dann wurde veröffentlicht, dass unbezahlte Mieten, ja, für die Büros in Miami, Newport, Beach und London, ja, dastehen. So kann man das einfach mal sagen. Also da müssen die raus, ja. Ja, da. Schön die Büros. Adios. Ja, also mir fehlen da echt die Worte, wenn ich das alles höre. Und dann hatten sie ja noch einen Londoner Club, so ein Basketballteam, ja, die London Lions und die haben sie auch verloren, ja, mussten sie auch abgeben, ja. Und unterm Strich kann sich jetzt jeder ausmalen, dass noch die offenen 25 Millionen Euro, ja, die uns ja versprochen wurden, damals Vertrag, definitiv futsch sind. Gibt's nicht. Ja, also wer da noch Hoffnung hatte, vielleicht tut sich da was, ja, nein. Das ist jetzt, hier kommt hier alles unter den Hammer und da kommen die Gläubiger und da wird erstmal schön gestritten. Das kann leider auch, was ich gelesen habe, ein paar Jährchen dauern, ja. Weil da gibt's einen Hauptgläubiger, ja, und der beansprucht, dass die Vereine unter seiner Führung veräußert werden. Also er will da ganz vorne bei sein. Jetzt wird aber von anderen Gläubigern gesagt, nee, mein Freund, du hast da mitgemischt. Teilweise war da Musze Bubu, ja, da war irgendwie, von denen einer im Vorstand von Triple Seven und auch umgekehrt. Das geht nicht, das ist nicht zulässig, ihr seid auch nicht ganz clean. Wir müssen das anders handhaben. Da muss der Fokus woanders drauf liegen. Das ist gerade so auch am Machen, ja. Das ist ein Hin und Her. Also so eine Sache dauert echt lange. Das kann vor Gericht gehen mit ganz viel Geschichten. Ja, äh, für uns bringt das teilweise überhaupt nichts, weil wir nächste Saison, ähm, 2025, 26 ist es ja, also wir müssen 2025, ja, im November, ähm, die 40 Millionen auf den Tisch legen. Und wenn er sich das bis dahin hinzieht, ja, und wir keinen neuen bekommen haben, der da auch mit Geld richtig reingeht und dadurch wir wieder Kohle zur Verfügung haben, ja, Freunde. Also die DFL guckt da ganz genau hin, was bei uns abgeht, ja. Das kann man noch schon mal so stehen lassen. Also jedenfalls, äh, ich habe euch aufgezählt, was da alles gerade bei, ähm, DFL7 abgeht und was sie schön loswerden gerade. Und die haben echt so viel Stress. Ich meine, äh, was ist das auch für ein, äh, Rotzverein, muss ich mal sagen, der da wirklich, ähm, Kredite aufnimmt, ja, mit Sicherheiten, die sie schon bei anderen Krediten angegeben haben, ja. Und so war ja ihr, Schneeballsystem möchte ich es vielleicht jetzt nicht nennen, aber ihr Vorgehen, ja. Die haben ja echt, das ist ja Betrug ohne Ende. Also da sind wir wieder an richtig geile Typen geraten. Das ist so ein härter, so ein härter Ding. Wir ziehen die Kacke an. So kann man es auch sagen. Okay, Freunde, da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schön stabil bleiben. Bis denne. Ciao.